Herzlich willkommen bei Tactical Dad Germany. Mein Name ist Marcel und ich gucke euch überhaupt nicht an, weil es ist mir vollkommen egal, dass ihr da seid. Nein Quatsch, hier, ich habe das Messer zurück in die Scheide gesteckt, weil ich musste ja vorher schon ein bisschen spielen. Handelt sich hier um das QSP Tukan, ein echt günstiges Einsteigermesser, Fixed Knife, 42a-konform von der Marke QSP. Wenn ihr wissen willst, was man da kann, dann bleibst du dran. Schön, dass du noch da bist. Erstmal danke Arthur, dass ich das vorstellen darf, ist er nicht meins, aber schön verarbeitet. Komm mal ein bisschen höher hier auf den Hang, das Doppelkinn verstecken kann. Ihr seht, Caldex mit QSP Logo, eingefräst, also so eingebrannt, eingelasert, whatever. Sieht mega aus. Das Ding sitzt gut drin. Da ist ein Tec-Lock mit bei. Tec-Lock, ja, also Open. Und dann kann man das hier so in die Gürtel schnallen. Drum. Und dann macht man... Das ist arretierter Kassierdrücken, wie du willst. Da geht nicht mal offen, ne. Da kannst du hochkant, wie auch quer am Gürtel tragen. Links, rechts, oben, unten. So, wie sich das auch gehört, dass du auch ein paar Einstellmöglichkeiten hast, dass du weiß, okay, ich kann das Messer tragen, wie ich möchte. Es ist nicht vom Hersteller durch irgendeine Scheide vorgegeben. Info dazu, kommt noch oder war schon da. Wer versteht, was ich meine. Ja, Messer sitzt super drin und fliegt auch relativ gut raus. Also, ist leichtgängig, die Kaidex. Ja, einmal kurz. Und dann habt ihr das schon in der Hand. Und ja, dann wollen wir uns das Ding mal angucken, ne. Erstmal Kaidex-Scheide. Sau geil. Keine Ahnung, es wird nachher desinfiziert. Wo habe ich denn? wieder Vorbereitung. Aha, hier. Zollstock. Versuch. The knife is exactly 21 cm and 8 mm. Also, 21,8 cm lang. Davon haben wir eine ballistische Eindringtiefe von 10,5 cm. Heißt, 100% 42a-konform. Super Ding. Waage habe ich jetzt nicht mit, sei mir nicht böse. Ja, aber wir gucken uns das Ding trotzdem natürlich an. Also, wir haben hier erstmal einen neuen CR14-MOV. Ich habe mir sagen lassen, so schlecht ist der gar nicht. Äh, keine Ahnung. Hier, QSP-Logo auch nochmal rein. Schöne G10-Griffschalen mit orangenen Liner. Hinten noch Lanyard-Tole. Ich hätte es cool gefunden. Aber das vermisse ich bei jedem Messer. Hier ein kleines Spitzchen dran, damit da auch mal BAP. EDC-Knife. Ja, EDC-Knife muss Scheiben einschlagen können. Ja, ich weiß, im Notfall geht das so auch. Aber die schöne Klinge, das wollen wir doch nicht. Ja, schön bauchig. Drop-Point. Klinge super clean. Also wirklich nur einmal hier kurz das Logo und hier einmal kurz die Stahlbezeichnung. Liegt super an. Super in der 10er Hand hier. Gar nicht so schlecht. Also möchte ich wirklich nicht sagen. Was für viele wieder relevant ist, ist, kann das Ding ein Feuerstahl bedienen? Das Ding ist sehr scharfkantig. Und ich sehe hier auch schon ein paar Stellen. Ja, das heißt, ich darf das machen. Hoffe ich. Also wirklich ohne Probleme, halt hier ein Feuerstahl bedient werden kann. Einmal drüber gegangen, alles wieder weg. Super. Kein Ding. Funktioniert. Jetzt wollt ihr natürlich sehen, wie das Ding schnitzt und so. Dazu einmal kurzer Perspektivwechsel. Bis gleich. So, ich habe hier mein batoniert, mein unbatonierten Stock. Ja. Und werde jetzt hier mal so ein bisschen drauf rumklotzen. Nach Hoffnung. Euch gefällt das. Also ich habe jetzt hier relativ weit hinten angefangen. Das war nicht so geil. Ja. Besser ist, wenn das bisschen in der Mitte, dass hinten hier so ein bisschen Abstand ist. Dann kann man damit aber auch richtig, richtig geil mitarbeiten. So, damit an Kernholz kommen. Kein Problem. Ich habe jetzt in Absicht einen großen Stock ausgesucht, damit ich mich hier nicht rücken muss. Aber das ist schon wirklich immer zwischendurch. Richtig geil. Also ihr seht, das Ding kann batz. Ne? Also. Batz. 42a-konform. Batoniert. Kannst den Feuerstahl mit bedienen. Hier, ich sehe da schon wieder, da will irgendwer meinen Schlock haben. Schön schön. So. Alles kein Ding. Wenn wir hier unser Kernholz. Und. Lückchen produzieren. Gar. Überhaupt gar kein Problem. Power-Cuts. Das ist alles. Das befriesst sich da richtig rein. Natürlich auch filigranes Schnitzen. Und spitzen und so eine Gedönze. Ne. Das mache immer gerne Spinzies. überhaupt kein problem für dieses meisterwerk von messer was wirklich wirklich extrem günstig ist ich tue es euch verlinken könnte nach reinkommen liegt so ungefähr 65 euro ist auf jeden fall kauf wert ohne frage keine diskussion das ding ist geil und wer jetzt noch bedenken hat dass der messerrücken nicht scharf genug ist also wenn man das richtig sieht hier fliegen die späne nur so durch die gegend da geht einiges schnitzen gar kein problem ihr seht das holz das fliegt hier so weg das mache ich die laune das ganze auch mal hier wird filigraner ist ja ganz das auch mal hier so fest sein das hier muss ich sagen also wenn ihr hier mit dem daumen unterstützt und so dadurch dass der ganze klingenrücken extrem scharfkantig ist tut das weh also das ist echt unschön aber dafür hier auch solche spierenskiens wie wenn er mal sag schnell ein herring braucht oder so gar kein ding qsp tucan für mich absolute kaufe empfehlung kurze vorstellung gewesen ich hoffe euch gefällt das video wenn es euch gefällt daumen nach oben schreibt in die kommentare ob ihr davon haltet oder ob ihr günstigere bessere alternativen habt da ein video da ein video da den abo button schön und der achselhöhle ja und dann bis zum nächsten mal woher takes a good at so 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 so